Minecraft Adventure Map und damit hallo und herzlich willkommen ich bin Winter Elphi und das hier ist ein kleines Let's Play zu einer Adventure Map namens Epic Jump Map ich muss mich grad wieder an den Titel erinnern und die sind hier stehen geblieben und wollten gerade hier runter fallen wie careful falling oh god ich glaub das Spiel würde mich verarschen this way oh believe me you don't want to step on that pleasure plate grab the swords nice 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 dass meine ganze Rüstung schön mitnehmen jetzt hier tun wir die Items ausblenden und natürlich Diamantschfett mitnehmen das steht ja wohl schon mal fest was noch bäm mit einer fetten Rüstung drin wieso will ich da nicht auftreten loll war ne Pieper okay Ok. Oh Gott, was ist denn dran? Ich will keinen Flüger. Irgendwie muss er weh. Hm. Hier lang? Super Not Hidden Secrets! Hier, eine Gasträne, die mir überhaupt nichts bringt. Hier unten? Irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich gerade keinen Sound drin habe. Und das liegt wahrscheinlich daran, weil ich die Playlist vorher hier angemacht habe. Oh, ich bin ein Idiot. Ich muss hier den Lautstärke regulieren. So, ist das ganz gut. Und jetzt muss ich auch mein Headset einstecken und Talali und Trudulla. Ganz professionell hier gelöst. Ganz professionell. So. Congrats, you have leveled up. Forever alone. Level giant airfoil. Ok. Uh. Sieht hier ja schön aus, muss man sagen. Schön gebaut. Be careful with all this lava. Uh. Uh. Lava. Checkpoint. I know you want that chest. Oh, someness. Ich will das. Ich will diese Kisse haben. Oh, noch ein paar schöne Bilder. Regular bed party. Regular bed party. Ich meine, dafür muss ich ja jetzt mal gerade wieder das Ding anmachen. Oh. So. So funktioniert das und nichts anderes. Wirbels und nicht. Zack. Habe ich überhaupt auf. Ja, ich habe auf die Sorge gestellt. Gut. Schon mal praktisch. Oh. Pusher. Okay. Jetzt hier runter und dann jetzt. Da rauf. Oh Gott. Ich will nicht in die Lava reinfallen. Ich will nicht in die Lava reinfallen. Ja. Schafft. Der Beste. Der Beste. Der Beste, wo gibt es drüben. Hier. 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 Schalter und was bringt ihr mir? I don't want to burn. Checkpoint. Nice, 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 nice. Hier. In unserem Hintergrund ein bisschen Zelda Musik einge... Oh leu. Eingespielt wird. Ich hab hier natürlich auch beim Let's Play direkt nebenan eine Band. Deswegen wird hier gerade eingespielt. Wenn ich dieses Paket gespielt sitze ich auf sie. Just saying. Oh, Arschko. Nomnomnom. Ist ja voll der... Pass auf, pass auf. Arschi. Hahaha. Der nächste Teil des Levels ist 3 Creepers, 1 Minecraft Meint der wirklich 1 Minecraft oder 1 Minecraft? Oh Gott Button Wo denn? Da Nein Wie habe ich das Gefühl, dass es gerade ruckelt? Keine Ahnung Auch wenn da Ob ich zwar wieso ich nicht sprinten soll, aber Okay Wen ist es jetzt? Okay Da muss der ausfahren Ja, 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 ja Puh, kurze Konzentrationsphase und jetzt ist das auch schon beendet und jetzt haben wir es geschafft Moment... Check for and get your items back Ah Worauf habe ich gar keiner reingekommen Thank you for losing, äh, for using 12 card delivery Seems Ligget Please come again Ähm Habe ich da noch was reingetan? Das ist schon länger her, seitdem ich mal wieder auf dem Map hier war Scheiße Weiß ich gar... Bin dann auf dem Bett weitergerutscht Ich schlaf jetzt auf zwei Betten bei auch Meine Frau fühlt sich freuen Meine Frau fühlt sich freuen Wuuuh, lieber Party Awesome, great, cool Just pull it Ja, ich hab ein Schild bekommen Now your quest to kill the guys from Trollcraft Äh, Trollcard Dell Well, after it appears that you got to the Zen Labra Ravine from like 20 minutes ago But I wouldn't trust Trollcard Deliverine LOL Pop Hoop Ja. Hi. Ho. Ho. Hi. Ho. 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 If you did not die, you are allowed to scream G-O-M-L. Gommel. Well, you pretty much don't want to be slow on. This next explosive light jumps. Where are all my items? What is this shit? Revenge. Do it kill them. Bop. 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 Alle müssen sterben. Ja. Ne, Guster. You got 12, like balls. Eigentlich besser wie, wie boss getrollt worden, wenn ich denn gar nicht mein Objekt gezählt bekommen hätte. Oder? Ja. Da bin ich mir nicht so ganz hundertprozentig sicher. So, tun wir es nicht wieder ausblenden. Braucht man nicht. Und jetzt? Hup. 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 Bäm. Beach. Ich meine natürlich Beach. Also B, E, A, C, H. Ach, ist das schöne Musik im Hintergrund. Hup. Hup. Nein. Ich glaub ich konnte grad noch so mit meinem Pferd verteidigen, ey. Halleluja. Haben wir noch mal überlebt. Ach so ein zweimal. Aber ihr wollt mich ja sowieso alle tot sehen. Weil ihr mich nicht mögt. Jump. Und jetzt. Ist jetzt ein bisschen boh. Aber na ja, wie soll ich sonst machen auch die Schnelle? ist dann lust das komplett hier wieder nachzustellen was bisher hier gebaut wurde in dem ich wirklich das gefühl dass es leckt ich weiß aber nicht wieso ich weiß nicht wie stark ist das auch das video aus auslegen wird fragen über fragen ja ich hab gerade in auto city mal gucken an der turnspur dann spiel ich damit gerne um und ist ein bunter creeper oder will ich hin es scheint es scheint wirklich ein bisschen zu lenken now continue your adventure find a way to the mountain just down a light in the blue did you all see that one too um die schluss all wurden und wird uhr der konzert er ist ein ständig nach nachmachen nicht nachmachen sondern nachts machen weil die ihre 2 Meter Checkpoints Now head on to this Miley Mountain Ich hab jetzt auch wieso es Miley Mountain aber auch nicht Wieso Plattnam 2 Kam 2 Lichtsabschlick Ich hab ganz leise mit dem CT gehört Es ist kein Widerszeichen Forever Alone Level Do Ich bin auch Forever Alone Deswegen zeug ich diese Adventure Map Oh Put your card there So Das brauchen wir auch nicht Hier hat der Button Yay Erfahrung Kann ich wieder runterfahren So Checkpoint Bet you'll I'm sexy and I know it Wiggle wiggle bed party Ich still Herzchen Ja das ist wohl glaube ich eine Merk die auf mehr Spieler austrägt Damit man sich ein bisschen so Liebe macht Welcome to the Smiley Mountain Ist das ein Smiley oder so? Oder wie? Keine Ahnung wieso das heißt Ich bin natürlich nicht allwissen Hu Ha Hu Ha Hu 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 ich hoffe ich musste sich in einer bestimmten Zeit schaffen weil er was von russian gesagt hast das heißt ja wie ich mich beeilen muss ja eine Kiste Gas drehen Awesome Secret jetzt habe ich jetzt mal nur wissen Gott nun das Tor bei gefallen nicht drauf eingefallen die Geschichten kann man sie stimmen immer wo sie jetzt auch um und das Schild doch natürlich kein stück und auch sie darf ein Schild bei der Reihe altmeld ist die Wurzeln auch als ganz ganz die TNT Bist du mit? Aaaaaaahhh. Oh, das ist geliebt. Checkpoint. Hmm, ok, kein CNC ist hoch. Noch nicht. Lay die erster Seite. Watch your friend flip it. Wuhu, flip it! Wo geht's denn runter? Oh, gebt's gar nicht tief runter. You can push mobs with the snowball. Now go check out the notch creeper. richtig muss ja die ganze zeit auf normal oder schwer schalten und eine magische kraft hat mich gerade untergedrückt Niener Kuster Niener Kurs die Decke ist niedrig du sagst die Hälfte Zeit immer nur Loll Loll-Boppel und Lobob-Loll-Boppel es gibt Läget oder wie auch immer L-E-G-I-T das nehm ich mit und das ist so wie gesagt das ist so in Ordnung he seems to be friendly ja das ist auch ganz freundlich aus man weiß ja nie was noch kommt die Sprünge hier gefallen mir außerdem nice so ja ich kann mir vier Checkpoints aufmachen ja ich kann mir vier Checkpoints aufmachen ja wir sind einfach alle Eis Eis, Baby also hier Eis, Eis, Baby Eis, Eis, Baby Eis, Eis, Baby Eis, Eis, Baby 4 Checkpoints break the ice because someone said that we needed more Checkpoints we needed more Checkpoints xd äh ja ist es ja nicht so dass hier jede zwei Sekunden schon Checkpoint kommt nene 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 dreimt sich übrigens auf den Namen nene ne tut's gar nicht yes I can So, that was what's coming up in EGM, also Epic Jump Map Version 3. And now, congratulations, you've made it to the end. I hope you enjoyed all of it. I would say, we're doing this here now, what's at the end of the day. Rewards for playing this map is up there. Please post your score on the Minecraft Forum. If you eat this cake, it won't be here in the next version. But where would you know that I've eaten? Mysterious. There will be a pony in the next map, I promise. Yeah! Pommys! Pommys! Pommys wahrscheinlich noch. Pommys! Totally Kaktus! Ja, das sieht auch schwer wie ein Kaktus aus. Möge das mal mit den beiden vergleichen, ich erkenne keinen Unterschied. Pommys! Möge das eben! Pommys! 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 in der tröne das ist jetzt machen ein turm der ganz ganz schön aussehen wird dann sind wir in andere trinken wir ins wasser und dann sagen wir hell yeah schöner fahrer o gott wenn sie eben so nicht um das ist leise gesehen und dann auch leise da gut ist mit derzeit auf 1 die folge hier hat glaubt überlänge oder auch nicht weiß ich nicht genau aber ich nicht nachguckt ich hoffe es hat sich gefallen und auch beim nächsten mal wenn es heißt letztlich mein vor adventure auf 3 alles brennt